Beachten Sie wichtige Sicherheitsinformationen vor Anwendung der Fertigspritze und Lagerungshinweise am Ende dieses Videos. Vor der Verabreichung zu Hause werden Sie von einem Arzt oder medizinischem Fachpersonal geschult, damit Sie mit dem Applikationsverfahren vertraut sind. Um das Wissen stets griffbereit zu haben, schauen Sie sich bitte dieses Video vor der Verabreichung vollständig an. Für die Injektion benötigen Sie Alkoholtupfer, Wattebausch oder Mull, bei Bedarf ein Pflaster. Injektionsstelle. Da Sie die Fertigspritze jemand anderem verabreichen, kann auch die Außenseite des Oberarms genutzt werden. Bei Selbstinjektion ist die Vorderseite der Oberschenkel der empfohlene Bereich für die Injektion. Auch im unteren Bauchbereich, jedoch nicht in einem Bereich von ca. 5 cm um den Bauchnabel herum, ist eine Injektion möglich. Falls Sie mehrere Injektionen für die komplette Dosierung benötigen, wählen Sie bei jeder Injektion eine andere Stelle. Injizieren Sie nicht an Stellen, an denen die Haut empfindlich, geprellt, gerötet oder hart ist oder einen Bluterguss aufweist. Vermeiden Sie Bereiche mit Narben oder Dehnungsstreifen. Ein separates Video zeigt die Abläufe bei der Selbstinjektion. Vorbereitung der Fertigspritze. Abhängig von der von Ihrem Arzt verschriebenen Dosis müssen Sie möglicherweise eine oder mehrere Fertigspritzen vorbereiten und injizieren. Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage. Nehmen Sie die Packung mit der Spritze aus dem Kühlschrank und lassen Sie sie ungeöffnet etwa 20 Minuten liegen, damit sie Raumtemperatur annimmt. Waschen Sie vor der Anwendung der Fertigspritze die Hände mit Wasser und Seife. Nehmen Sie die Plastikschale aus dem Umkarton und ziehen Sie die Papierabdeckung ab. Fassen Sie die Fertigspritze in der Mitte des lilafarbenen bzw. blauen Spritzenschutzes an und entnehmen Sie sie aus der Verpackung. Achten Sie darauf, den Aktivierungsklip des Spritzenschutzes nicht zu berühren. Kontrollieren Sie die Fertigspritze. Die Flüssigkeit sollte klar bis leicht trüb sein. Die Farbe kann farblos bis hellbräunlich gelb sein. Es könnte ein Luftbläschen zu sehen sein, was normal ist. Verwenden Sie die Fertigspritze nicht, wenn sie beschädigt ist oder die Flüssigkeit deutlich trüber erscheint oder eine eindeutig braune Färbung aufweist oder Partikel enthält. In all diesen Fällen bringen Sie die gesamte Packung zur Apotheke zurück. Halten Sie die Fertigspritze waagrecht und schauen Sie in das Sichtfenster, um das auf dem Etikett aufgedruckte Verfalldatum zu überprüfen. Drehen Sie dazu gegebenenfalls den inneren Teil der Fertigspritze, damit das Etikett im Sichtfenster gelesen werden kann. Verwenden Sie die Fertigspritze nicht, wenn das Produkt abgelaufen ist. Wenn das Verfalldatum überschritten ist, geben Sie die gesamte Packung an die Apotheke zurück. Anwendung der Fertigspritze. Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer. Entfernen Sie vorsichtig die Nadelschutzkappe von der Fertigspritze. Entsorgen Sie die Nadelschutzkappe. An der Nadelspitze kann ein Flüssigkeitstropfen zu sehen sein. Das ist normal. Halten Sie die Fertigspritze zwischen Zeige und Mittelfinger. Achten Sie beim Einstechen der Nadel darauf, dass die abgeschrägte Nadelspitze mit dem Loch nach oben zeigt. Drücken Sie die Haut an der Injektionsstelle vorsichtig zusammen und stechen Sie die Nadel vollständig hinein, um sicherzustellen, dass das gesamte Arzneimittel verabreicht werden kann. Drücken Sie den Kolben mit dem Daumen langsam so weit wie möglich hinein, bis sich der Kolben direkt zwischen den Aktivierungsklips des Spritzenschutzes befindet. Halten Sie den Kolben weiterhin vollständig gedrückt, während Sie die Nadel vorsichtig und gerade aus der Injektionsstelle herausziehen. Lassen Sie den Kolben langsam los, damit der Spritzenschutz automatisch die freiliegende Nadel umhüllt. Entsorgen Sie die gebrauchte Fertigspritze entsprechend den örtlichen Bestimmungen, zu denen Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker Auskunft geben kann. An der Injektionsstelle könnte etwas Blut austreten. Sie können mit einem Wattebausch oder Mull 30 Sekunden lang auf die Injektionsstelle drücken. Reiben Sie nicht an der Injektionsstelle. Falls nötig, können Sie die Injektionsstelle mit einem kleinen Pflaster abdecken. Zu Ihrer und der Sicherheit und Gesundheit anderer dürfen Nadeln und gebrauchte Spritzen niemals wiederverwendet werden. Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Wichtige Sicherheitsinformationen Bewahren Sie die Spritze für Kinder unzugänglich auf. Die Nadelschutzkappe der Spritze kann trockenen Gummi, Latex, enthalten und sollte nicht von Personen berührt werden, die empfindlich auf diese Substanz reagieren. Öffnen Sie den versiegelten Umkarton erst, wenn Sie bereit für die Anwendung dieses Arzneimittels sind. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht, wenn die Versiegelung des Umkartons oder die Versiegelung der Plastikschale beschädigt ist, da die Anwendung eventuell nicht mehr sicher ist. Nicht verwenden, wenn die Spritze auf eine harte Oberfläche gefallen ist oder nach dem Entfernen der Nadelschutzkappe heruntergefallen ist. Lassen Sie die Spritze nie an Orten liegen, an denen sie von anderen manipuliert werden könnte. Sie dürfen die Spritze nicht schütteln. Achten Sie darauf, dass Sie die Aktivierungsklips des Spritzenschutzes vor der Anwendung nicht berühren. Wenn Sie diese berühren, könnte der Spritzenschutz zu früh aktiviert werden. Entfernen Sie die Nadelschutzkappe erst unmittelbar, bevor Sie sich die Injektion verabreichen. Die Spritze kann nicht wiederverwendet werden. Entsorgen Sie die gebrauchte Spritze unmittelbar nach der Anwendung entsprechend den örtlichen Bestimmungen, zu denen Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker Auskunft geben kann. Lagerungshinweise Bewahren Sie dieses Arzneimittel im versiegelten Umkarton auf, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Lagern Sie das Medikament bei 2 bis 8 Grad Celsius im Kühlschrank, sodass es nicht einfriert. Denken Sie daran, die Spritze zur Vorbereitung für etwa 20 Minuten vor der Injektion aus dem Kühlschrank zu nehmen, damit sie die Raumtemperatur annehmen kann. Lassen Sie die Spritze dabei in der Packung, um sie vor Licht zu schützen. Die Spritze kann bei Bedarf in den Kühlschrank zurückgelegt werden. Die Spritze darf nicht länger als 48 Stunden bei einer Raumtemperatur von 25 Grad Celsius aufbewahrt werden. Sie dürfen die Spritze nach dem Verfalldatum, das auf dem Umkarton oder dem Etikett der Spritze steht, nicht mehr verwenden. Wenn das Verfalldatum überschritten ist, bringen Sie die gesamte Packung zur Apotheke zurück. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie die Fertigspritze richtig anwenden oder wenn Sie Fragen zur Anwendung haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.